Erziele mit einem einzigen Stunt 150.000 Stuntpunkte auf einem Geländemotorrad. Also landet hier am besten bei der Küstenkommunikation, das wäre dieser Orientierungspunkt hier auf der Karte. Steigt jetzt hier auf dem Motorrad auf. Auf der linken Seite werden euch angezeigt, welche Tasten ihr für was zugewiesen habt. Nehmt jetzt hier Anschwung, fahrt dafür auf den Hügel rauf, dreht euch um, beschleunigt jetzt und haltet die Sprungtaste gedrückt. Lasst jetzt die Sprungtaste los und in der Luft drückt ihr jetzt die Stunt-Taste und haltet die gedrückt, bis ihr am Boden landet. Ihr seht, habe ich bereits 220.000 Stuntpunkte erzielt. Ich blende euch hier noch eine Karte ein mit den ganzen Orten, wo ihr Motorräder findet. Die im roten Kreis sind die Orte, wo sie immer spawnen.